Ja, noch einmal herzlich willkommen an alle Teilnehmer dieses Webinars. Wie Sie alle wissen, das ist ein Webinar auf die Fortpflanzung von Rindern. Und ich freue mich sehr, Ihnen heute Abend zwei international renommierte Spezialisten für die Fortpflanzung von Rindern vorstellen zu dürfen. Dr. Grabelbo, er ist Präsident des Tierfortpflanzungsinstituts in Córdoba, ist auch Professor an der Universität, Universidad Nacional in Villa María in Córdoba, Argentinien. Dr. Bo erwarb in Argentinien 1985 seinen DVM, außerdem erwarb er einen Doktortitel, sein Master, Master 1991, 1995 seinen Doktortitel in Veterinärwissenschaften an der Universität in Saskatchewan in Kanada. Dr. Bo hat regelmäßig als Erst- oder Mitautor unzählige von Experten begutachtete Publikationen veröffentlicht. Außerdem wird Dr. Bo häufig als Redner zu internationalen Kongressen und Seminaren eingeladen. Und zum Schluss ist Dr. Bo der Empfänger des Semet-Preises 2020 für assistierte Reproduktion, der vom Internationalen Kongress für Tierreproduktion verliehen wird. Ja, und dann für Dr. Alejo Menchaka, der zweite Redner heute Abend, also Dr. Menchaka schloss sein Studium der Veterinärmedizin an der Universität der Republik in Montevideo in Uruguay ab. Das war im Jahr 2000 mit einem Master of Science und im Jahr 2005 ein PhD, ein Doktorat. Nach Abschluss seiner Promotion gründete Dr. Menchaka in 2009 das Institut für Tierfortpflanzung in Uruguay mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im Bereich der Tierreproduktion und der Erforschung von beispielsweise in vitro Embryonenproduktion, Transgenese und Genomeditierung. Im Jahr 2019 erhielt Dr. Menchaka den Early Career Achievement Award, ein Preis der Internationalen Embryotechnologie Society. Für mich sind sowohl Dr. Bo als auch Dr. Menchaka nicht nur Wissenschaftler mit zahlreichen Veröffentlichungen und Publikationen, sondern auch hervorragende Lehrer, von denen ich jedes Mal etwas lerne, wenn ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu sprechen und mich mit Ihnen auszutauschen. Zuerst Dr. Bo, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Paul, und ich möchte mich gerne bei allen bedanken für Ihre Teilnahme und ich werde jetzt auch meine Präsentation mit allen teilen, damit Sie sie auch sehen können. Ja, und wie gesagt, da haben wir den Titel Aktualisierungen bei den zeitgesteuerten künstlichen Besamung bei Milchvieh. Das ist unser Titel für heute. Nur als Einleitung wissen wir natürlich, dass es viele Faktoren gibt, die eine Auswertung auf Milcherzeugung, Leistung haben. Das hat alles natürlich mit der Fruchtbarkeit zu machen. Es gibt aber viele Sachen, worüber wir heute nicht sprechen werden. Es sind auch Faktoren, die einen Einfluss haben. Aber heute haben wir das Ziel, um zu sprechen, wie wir eine bessere Reproduktion erreichen können. Ja, wie gesagt, das war so eine Einleitung. Und das bedeutet, dass wir denken müssen, dass eine Milcherzeugung sehr effizient sein muss. Was sollten diese Milcherzeuger tun? Die Frage ist, besamen Sie alle Kühe innerhalb von 21 Tagen nach Ende der Wartezeit? Und dann der zweite Punkt ist sehr wichtig, identifizieren Sie nicht trächtige Kühe mit dem Ultraschall, normalerweise mit Ultraschall, frühzeitig. Und dann als nächster Punkt ist, dass man so schnell wie möglich dann eine neue künstliche Besamung durchführt. Und dann ist es sehr wichtig, um zu messen. Jeden 21. Tag sollte man Schwangerschaftsraten messen. Was bedeutet das? Das ist der Prozentsatz der infrage kommenden Kühe, die innerhalb von 21 Tagen trächtig werden. Was bedeutet das genau? Das ist ein Ziel, das wir benutzen können. Wenn etwas nicht sehr gut funktioniert, dann können wir etwas verändern. Und darum wird diese Rate benutzt für die Leistung. Als wir anfingen, damit zu arbeiten anfingen, das war 1995, wollten wir als Ziel mindestens mehr als 15 Prozent haben, also 15 Prozent mehr Trächtigkeit. Aber mit der Zeit gab es natürlich Verbesserungen. In den 2000 Jahren war das Ziel 18 Prozent Trächtigkeit. Und dann 2010 22 Prozent, 2005 war es 20 Prozent. Und jetzt sprechen wir über ein Ziel der Trächtigkeit, sollte höher als 25 Prozent sein. Und ehrlich gesagt gibt es bei viel, viel Haltungen schon diesen Prozentsatz. Was ist der Grund dafür? Es geht darum, dass wir viel mehr wissen über die Fruchtbarkeit, über die Besamung und wir wissen, wie wir diese Leistung verbessern können. Also die ersten Protokolle, die 1995 benutzt wurden, hatten ein Ziel, um vor allem die Submissionsrate zu verbessern. Nicht wahr? Aber jetzt haben wir Protokolle, die die Fruchtbarkeit verbessern wollen. Also nicht nur Estros-Erkennung, sondern auch eine bessere Fruchtbarkeit. Wenn wir zurückgehen zu der Frage, warum brauchen wir Protokolle, da hat es alles natürlich mit Gewinn zu tun. Das bedeutet, dass wir mehr Milchproduktion brauchen. Hier haben wir Tage in Milch, wie Sie sehen. Und wenn wir da sehen, was ist jetzt die beste Rentabilität, was ist der wichtigste Moment, wo die Kuh trächtig sein könnte, dann suchen wir das hier. Um diesen Intervall zu finden, brauchen wir 30% am 21. Tag. Das bedeutet, dass wir jede 21 Tage, muss man das messen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir eine schlechte Fortpflanzung haben, zum Beispiel unsere Trächtigkeitsrate ist weniger, dann sehen wir, dass unser Intervall zum Beispiel 428 Tage sein und nicht so rentabel. Um das zu erreichen, haben wir sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Tools. Zum Beispiel, wir haben die automatisierten Überwachungssysteme. Wir können gucken, wie die Gesundheitssituation ist. Dort rechts sehen wir, dass es sehr viele Publikationen gegeben, die diese Techniken benutzen und einsetzen. Aber sehr oft wird darüber gesprochen und diskutiert, um zum Beispiel elektronische Wärmemeldesysteme oder Hitzemelder zu benutzen. Brauchen wir die, wenn wir sie zum Beispiel benutzen, dann brauchen wir vielleicht die zeitgesteuerte künstliche Besamung nicht mehr. Aber ich glaube, dass es ergänzend ist. Um das zu beweisen, mache ich das mit dieser Studie. Das ist eine Studie von einem meiner Studenten, der jetzt auch Tierarzt ist. Und hier werden die Trächtigkeitsraten und die Tage in Milch, DIM, auf der X-Achse verglichen. Hier sehen wir also die elektronischen Geräte, die benutzt werden. 72,7 Prozent. Das ist die AIE- und die TAI-Gruppe. Also die Gruppe unterunter nur AIE. Hier haben wir die Gesamt-, also die Totalrate der künstlichen Besamung, zeitgesteuert, also zeitfestgelegt. Wenn wir gucken, was am wichtigsten ist, wenn man etwas benutzen möchte, um eine Früherkennung zu haben, hat man sehr wenig Zeit zur Verfügung, um die Kuh zu decken. Also das ist ein kleines Fenster. Das bedeutet, dass man also sehr früh anfangen muss, um die gleiche Trächtigkeitsrate zu erreichen. Wenn wir sprechen über die verschiedenen zeitgesteuerten künstlichen Besamungsprotokolle, haben wir viele. OF-SYNC, das ist ein Protokoll und Derivate. Es gibt auch so eine Derivation davon. OF-SYNC ist nächstes Jahr. Wir sind ja schon 30 Jahre seit dem ersten Protokoll von OF-SYNC. Und dann gibt es noch ein anderer, von Dr. Mappeltoft und Piers und ich selber auch. Und das ist Estradiol und Progesteron. Egal welches Protokoll man benutzt, was wichtig ist, ist, dass es fünf Faktoren, die wir nicht vergessen müssen, wenn wir ein gutes Programm für Trächtigkeit vorbereiten möchten. Zuerst eine Synchronisierung, die sehr wichtig ist für neue Follikel. Welle, zweite ist auch eine korrekte P4-Entwicklung. Und dann der dritte ist ein hohes Estradiol. Und der vierte Synchronisierung des Eisprunges und dominantes Follikel mit einem adäquaten Durchmesser und Alter. Und dann adäquates P4 nach der künstlichen Besamung. Wie können wir diese fünf physiologischen Faktoren benutzen? Zuerst werden wir also GnRH, Progesteron benutzen, P4. Der zweite ist, wenn die Kuh im Zyklus ist, dann haben wir also Progesteron selber schon, die Kuh selber schon. Und sonst werden wir es im Gerät freisetzen. Wir werden nichts so, um die Ovulation zu beeinflussen. Dann brauchen wir zwei oder drei BGF-Injektionen. Das gibt uns die Garantie einer Fertilisierung, einer Befruchtung, weil wir dann Östrus sehen. Und das ist gut für die Entwicklung des Embryos. Dann werden wir GnRH oder Estradiol-2 benutzen. Das ist gut für die Umstände in der Gebärmutter. Und dann werden wir also eine sehr hohe Geträchtigkeits- oder Schwangerschaftsrate erreichen. Also Schwangerschaft in dem Verhältnis Schwangerschaft und künstliche Befruchtung. Gut, wenn das alles funktioniert, gibt es trotzdem Verluste, weil wir eine Schwangerschaft erreicht haben, aber wir müssen sie auch erhalten. Das bedeutet, dass wir natürlich wenig Verluste erreichen müssen. Das ist also der zweite wichtige Punkt. Wie können wir das erreichen? Vor allem, weil wir hier etwas sehr Wichtiges berücksichtigen müssen. Und das ist Folgendes. Das sind die Protokolle. Das ist ein Experiment, das wir in Argentinien gemacht haben. Normalerweise haben wir ein Estradiol-Protokoll. Aber wir haben gesehen, dass wir etwas anderes brauchen, um die Synchronisierung zu verbessern. In diesem Experiment haben wir eine Kombination mit Estradiol und eine doppelte Dosis von Progesteron. Aber das Zweite, das wir gemacht haben, das sind die Injektionen zu erhöhen, damit wir wirklich eine gute Krächtigkeit erreichen können. Punkt 1 und Punkt 3 der Faktoren haben wir hier. Wenn wir dann gucken, welche Präzisionsniveaus wir haben, welche P4-Gehalte wir haben, da sehen wir hier also die Estradiol-basierte EB plus GNRH und so weiter. Hier haben wir verschiedene Ausprägungen. Da haben wir hierbei 2-mal Pro-Ostaglandin 2-Alpha. Dann sehen wir beim Serum P4, dass es niedriger ist. Und das sehen wir, wenn wir die Trächtigkeitsraten vergleichen zwischen Protokollen. Da sehen wir die Gruppen, die wir haben hier in der Studie. Und was hier am wichtigsten ist, ist, dass wenn wir dieses, eine Kombinationsprotokoll benutzen, dann brauchen wir natürlich eine sehr gute Synchronisierung, um diese hohe Rate zu erreichen. Das ist die erste Botschaft, die so wichtig ist und die ich hier in dieser Präsentation übertragen möchte. Dann kommt noch etwas anderes hinzu. Man kann nicht immer Estradiol benutzen, weil das verboten ist. Und da müssen Sie ein anderes Protokoll benutzen. Es gibt auch andere Protokolle wahrscheinlich in der Zukunft. Und das sind die New Generation Protokolle. Also, was bedeutet das? Wir müssen das Off-Sync-Protokoll benutzen. Das war originell bei Meider, Will und Brasley vorbereitet. Das GnRH-Injektion bei Tag 0, Prostaglandin Tag 7, GnRH Tag 9,5. Und dann haben wir die künstliche Besamung zeitgesteuert am Tag 10. Aber dieses Protokoll hat man verbessert. Da gibt es schon viele Verbesserungen gegeben, nachdem es zum ersten Mal benutzt wurde. Weil einer der negativen Aspekten hier ist, dass wir eine sehr Synchronisierung der Follikelwelle haben müssen. Und um diese Synchronisierung zu haben, müssen wir die Ovulation beeinflussen. Eine Ovulation nach diesem ersten Tag ist nur zwischen 30 und 60 Prozent der Kühe der Fall. Also, um das zu verbessern, um den Eisprung zu verbessern, hat es sehr viele Experimente gegeben. Das erste Experiment, das war ein Experiment, wo man geguckt hat, was ist der beste Tag des Ovulationszyklus, um die Ovulation zu fördern. Und da haben Sie gesehen, dass der beste Moment zwischen Tag 5 und 9 der Ovulation ist. Da wissen wir, dass es 96 Prozent sein kann. Da wissen wir, dass die Kuh im Zyklus in diesen Tagen befindet. Und dann ist die Response auch sehr gut. Mehr als erwartet, also 96 Prozent. Was ist das Ziel? Das Ziel für diese Verbesserung ist natürlich, wie ich gesagt habe, die Ovulationsrate zu erhöhen. Das Erste, das wir tun, ist eine Präsynchronisierung mit Prostaglandin. Das nennen wir Vorsynchronisierung of Sync, Pre-Sync of Sync. Dann Präsynchronisierung mit GNRH. Das nennen wir Doppelt of Sync. Oder ein Protokoll, das heißt G6G. Das werde ich später auch noch in Detail erklären. Oder das andere Protokoll, das wir benutzen in Südamerika, ist eine Präsynchronisierung mit Prygosteron-Gerät. Also ESALC Sync Web Sync. Gut, also das Protokoll G6G. Was bedeutet das genau? Prostaglandin, Injektion, danach GNRH. Und dann, danach haben wir sechs Tage, kommt die zweite Injektion mit GNRH. Das ist die Idee. Wir haben also eine Ovulation sechs Tage vorher. Also am Moment, dass wir dann GNRH zum zweiten Mal gibt, haben bei fast allen Kühen auch schon ein Korpus Luteum und auch eine Follikelwelle. Also wenn wir dann sehen, bei der ersten Ovulation die Synchronationsrate und dann das Verhältnis PA, also Trächtigkeit versus künstliche Besamung, dann sehen wir, was für einen Vergleich wir haben. Das ist also ein Ansatz, den Sie benutzen können, um die Trächtigkeitsrate bei Ihren Kühen zu verbessern. Das andere Protokoll, Double-Off-Sync, Doppeltes-Off-Sync, das ist wahrscheinlich, was man am meisten benutzt in der ganzen Welt. Was bedeutet das eigentlich genau? Das sehen wir hier. Es ist ähnlich wie G6E, was wir gerade gesehen haben. Also das bedeutet, ein Off-Sync-Protokoll, aber zwei hintereinander. Also man fängt an mit GnRH-Protokoll, dann Prostaglandin, dann kommen wir 70 Stunden später, haben die zweite Injektion, wir versuchen, dass alle Kühe ovulieren, aber sieben Tage später bekommen sie ein BCL und dann haben wir ein Follikel mit einer Ovulation und dann haben wir sehr hoher Progesterongehalt, eine hohe Konzentration. Und wie Sie sehen können, als man anfing, vor allem bei den Primipa-Kühen gab es eine Tendenz, um die Trächtigkeit zu verbessern, bei den Primipa-Kühen. Also das wird vor allem in Nordamerika benutzt und das einzige Problem, das ich in Südamerika mit diesem Protokoll sehe, ist, dass man sieben Tage braucht und Compliance ist da immer nicht so gut. Wir müssen immer garantieren, dass man alle Injektionen auch wirklich verabreicht. Das ist wichtig. In einem Experiment, das ist gerade veröffentlicht, das habe ich zusammen mit Stavon Allodi, Corinne Morsiani und Paul Renaud gemacht. Und das haben wir schon im World Beatrix Congress veröffentlicht. Ich habe die Arbeit eigentlich nur gesammelt. Eigentlich haben meine Kollegen die Arbeit gemacht. Also wir haben doppelt off-sync verglichen mit einem TAE, also selbstgesteuerte künstliche Besamung. Und da sehen wir, dass es eine blinde Studie ist, mit Öztrakton und Veterelin. Gut, wir hatten hier, das waren hochproduzierende Kühe, Holsteinkühe, 30 Liter bis 60 Liter pro Tag, 40, 50 Tage in Milch. Und wie Sie sehen können, haben wir das hier erreicht. Mit beiden haben wir sehr hohe Ovulationsraten erreicht mit diesem Protokoll. Und da konnten wir auch sehr hohe Trächtigkeitsraten erreichen. Das war rund 50 Prozent Trächtigkeit der Schwangerschaftsrate. In 1995, als dieses Off-Sync-Protokoll zum ersten Mal anfing, war das unmöglich. Wir haben es erreicht. Wir haben bewiesen, dass wir das tun können mit einem Doppelt-Off-Sync. Das andere Protokoll, das wir entwickelt haben, also in Südamerika, mit meinen Studenten, nennen wir Web-Sync-Protokoll. Und das ist also ohne das Estradiol-Benzoat. Also wir geben hier Pgf2-Alpha. Wir fangen also mit dem Gerät an und mit dem GnRH-Gerät und Pgf2-Alpha. Wir wollen also eine hohe Response, also GnRH, um die Ovulation auszulösen. Das haben wir in 80 Prozent der Kühe erreicht. Und dann in diesem Fall sechs Tage später haben wir das Gerät für Progesteron entfernt. Sie bekamen Prostaglandin und wir konnten so Östrus-Erkennung im Frühstadium erreichen. Dann kam Prostaglandin-2-Alpha. Alle Kühe wurden observiert, um Brunsterkennung durchzuführen. Sie wurden dann befruchtet nach 72 Stunden. Wenn Sie bei 72 Stunden noch nicht brünstig waren, dann wartete man bis 84 Stunden. Wir haben es verglichen mit Estradiol-Protokoll. Das ist das Protokoll, das wir normalerweise in Südamerika benutzen. Mit dem haben wir es verglichen. Und wie Sie sehen können, hier haben wir die Östrus-Ausprägung und auch die Trächtigkeitsrate in Holstein, bei Holstein-Kühen, die synchronisiert waren mit WebSync und mit dem konventionellen Protokoll. Wir hatten 70% der Kühe, die gut reagiert haben. Also, wieder, wir haben zwei Faktoren in diesem WebSync-Protokoll. Erster Punkt ist, dass wir hohe Effizienz brauchen. Und der zweite Punkt ist, dass wir ein gutes Prostaglandin benutzen müssen, damit alle Kühe auch Estrus am Moment der Befruchtung haben. Was sind die Schlussfolgerungen? Wir haben gesehen, dass Milchviehhaltung ein effizientes Produktionsmanagement braucht, um einen günstigen wirtschaftlichen Ertrag zu erzielen. Der Tierarzt bleibt eine Schlüsselperson bei der Umsetzung von Managementmaßnahmen für eine effiziente Reproduktion. Systematische Umsetzung von Reproduktionsprogrammen verstärkt die 21 Tage PR. Programme und Protokolle. Die zeitgesteuerte künstliche Besamung kann mit der Technologie zur Brunsterkennung kombiniert werden. Diese TAI-Protokolle müssen garantieren. Eine wirksame Synchronisierung der Follikelentwicklung, hohe Konzentrationen von P4 während der Synchronisierung, höher als 2 Nanogramm pro ml. Also die Follikelentwicklung ist sehr wichtig. Und wie gesagt, hohe Konzentration von P4 ist sehr wichtig. und hohe Östrusraten über 60 Prozent und niedrige P4-Konzentrationen beim TAI, also bei der Befruchtung. Und wie ich am Anfang gesagt habe, es sind sehr viele andere Faktoren, die wir heute nicht erwähnt haben, die natürlich auch eine große und signifikante Auswirkung haben auf Reproduktion. Das kann Nährung sein, das können Umstände sein, Erkrankungen und so weiter. Aber wir haben weiter keine Zeit. Ich möchte Veto Kinolf, insbesondere Paul, herzlich danken für diese Einladung. Alejandro Maccagno möchte ich herzlich danken. Dann Juan Carlo Ciopp natürlich auch. Dann Alejo natürlich auch. Herzlichen Dank. Da ist der nächste Redner. Pablo Marini, Luciano, Paul. Sie hat auch mitgeholfen im Labor. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Gabriel. Das war eine wunderbare Präsentation. Und wir werden dann auch weiter gleich Alejo das Wort geben. Du hast das Wort, Alejo. Hallo. Schönen guten Tag alle. Wie geht's? Paul und Gabriel, wie geht's euch? Und Veto Kinolf, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich werde versuchen, jetzt meine Präsentation mit Ihnen zu teilen. Könnt ihr mein Bildschirm sehen? Ja, vielen Dank. Gut, du hast das Wort. Vielen Dank. Gut, wir sprechen über die Verbesserung der Trächtigkeitsrate bei Empfängerkühen. Und dann ist natürlich gleich eine erste Frage, warum ist es so wichtig, um diese Empfängerkühe zu verbessern? Warum? Warum? Dafür haben wir Programme. Und weltweit sehen wir jedes Jahr zwei Millionen produzierte Embryonen. Und das bedeutet auch, dass wir zwei Millionen Empfängerkühe haben. Diese Anzahl der Empfängerkühe, die synchronisiert werden, ist eine doppelte Anzahl, die wir vor zehn Jahren hatten. Also in zehn Jahren hat das, ist es verdoppelt. Es ist also eine sehr wichtige Steigerung, diese Anzahl von synchronisierten Empfängerinnen. weil wir wissen, dass wir bei der Synchronisierung haben wir einen Spender für acht, zehn Empfängerkühe. Sieben, acht bis zehn Empfängerkühe. Das ist für jeden Spender. Das ist sehr viel Geld, das benutzt wird für die Empfängerkühe. Und das hat eine direkte Auswirkung auf die Wirtschaft der Firma, des Eigentümers, des Vielhalters. Also darum ist es ein sehr wichtiges Thema, das man berücksichtigen muss, wenn wir denken an Erträge, an Unternehmen. Hier sehen wir, wie es funktioniert, wie die Synchronisierung funktioniert. Es fängt also an mit Synchronisierung der Empfängerkühe. Dann haben wir die erste Fruchtbarkeit. Das wird die wird sie gedeckt. Dann haben wir Embryotransfer und dann zum Schluss haben wir eine Schwangerschaft und dann hoffentlich auch eine Geburt und ein lebendiges Tier. Es gibt natürlich auch Probleme, die man hier sehen kann. Zum Beispiel, wenn wir 100 Kühe haben, 80% davon werden gedeckt. Nach diesem Synchronisierungs Protokoll haben wir 80 von diesen 100 Kühen, die dann in Brunst sind. Wir verlieren 20%. Dann beim Embryotransfer verlieren wir vielleicht 10-15% hinzugefügt. Das bedeutet, dass unsere Auslastungsrate 70% ist, aber später bekommen wir eine Trächtigkeit von 35 Kühe. Das bedeutet, 50% was wir schon verloren haben, zusätzlich noch. Zum Schluss haben wir zwischen 28 und 32 Geburt, also lebendige Tiere. 28 bis 32 von 100 Kühe, da sehen wir sehr viele Verluste. Der Verlust ist mehr oder weniger 70%. Was bedeutet das? Beim Embryotransfer haben wir 70 Embryonen übertragen, 35 werden trächtig und dann zum Schluss haben wir nicht mehr als 28 oder 30 Kühe, die auch wirklich kalben. Also hier haben wir 60% Schwangerschaftsverlust. Das ist also eine sehr niedrige Effizienz, wenn wir das so sehen. Von 100 Kühen haben wir nur 30 davon, die eine Geburt haben, dann sollten wir darüber nachdenken, wie wir effizient dieses Zyklus verbessern können, wie wir diese Technologie auch verbessern können. Und darüber werde ich jetzt sprechen. Es gibt einige Schritte hier, die ich gerne mit Ihnen besprechen möchte, um diese Effizienz zu verbessern. Zuerst sprechen wir über die Synchronisierung der Empfängerkühe. Was brauchen wir eigentlich von einer guten Behandlung für die Embryotransfer Synchronisierung, für die Brunst der Kühe? Diese Synchronisierung ist effizienter, wenn es eine Synchronisierung der Kühe und der Fersen ist. Und dass man auch eine sehr hohe Nutzungsrate hat. Nutzungsrate damit meinen wir das Verhältnis übertragen und synchronisierte Empfänger. Dieses Verhältnis. Und dann natürlich, dass es einfach ist, dass man nicht zu viel Einfluss hat auf die Kühe, damit es einfach durchzuführen ist. Natürlich weniger Verwaltungsarbeiten und dann natürlich die Erkennung des Östrus vermeiden zu können. Und eine gute Empfängnisrate, also das Verhältnis trächtig übertragene und Schwangerschaftsraten, die besser sind, trächtig, das Verhältnis trächtig synchronisiert. Und also das ist Trächtigkeit, Schwangerschaftsrate ist die Trächtigkeit, die wir erreichen mit allen synchronisierten Kühen. Wie geht die Geschichte der Protokolle? Zum Beispiel 1980, da hatten wir das erste System für die Synchronisierung, das war Prostaglandin, das man benutzt hat. Danach kamen, also in den letzten 20 Jahren haben wir die Embryotransfer Protokolle mit einer festgelegten Zeit. Mein Kollege hat auch schon über Off-Sync gesprochen, das ist auch mit einem festen Zeit, mit einem festen Zeitpunkt und dann das Protokoll Estradiol und Progesteron auch mit einer festen Zeit und danach kamen Estradiol basierte Protokolle zusammen mit Progesteron 4 und ECG, also Pferde, Chorion, Gonatropin und jetzt in den letzten Jahren haben wir dieses ET-Protokoll, also Embryotransfer Protokoll, das sich verbessert hat und ist jetzt ein verlängertes Protokoll, Protokoll über eine verlängerte Proöstrus-Dauer. Da haben wir das Co-Sync-Protokoll, GnRH plus Protosteron 4 plus Postaglandin. Dieses letzte Protokoll, was ich gerade erwähnt habe, mit einer verlängerten Proöstrus-Dauer, hat diese vier Punkte, die sehr wichtig sind. Es ist eine Verbesserung der Schwangerschaftsrate in den Programmen der Zeit festgelegte künstliche Besamung und auch die Zeit festgelegte Embryotransfer. Höhere Estradios-Spiegel vor der Evolution induzieren, dann gibt es höhere Progesterons-Spiegel nach dem Eisprung induzieren und eine Verbesserung der Umstände der Gebärmutter während der frühen Embryonal- Entwicklung. Das sind fünf Tage. Es ist ein fünf-Tage- Co-Sync. Das ist verbunden mit GnRH am Anfang der Behandlung und dann ist es verglichen mit dem anderen Standardprotokoll konventionell. Das sind sieben Tage mit Progesteron 4. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Das sind fünf Tage mit Progesteron 4. Und so wird die Proestrus-Dauer verlängert. Im konventionellen Protokoll hatten wir zwischen sieben und neuneinhalb Tage Proestrus-Phase und jetzt ist das länger. Diese Verlängerung dieser Vorbrunst- Phase wird hier gezeigt. Das sind mehr oder weniger 10% als Vergleich. Wir sehen, dass es eine 10-prozentige Verbesserung der Trächtigkeitsrate erreicht hat. Und in dieser Studie, da sehen 5-Tage-Costing versus Proestaglandin 2-Alpha, da sehen wir auch, dass die Auslastungsrate verbessert ist, da sehen wir bis 89,8%, aber auch die Trächtigkeitsrate beim Tag 32 und Trächtigkeitsrate beim Tag 60 ist verbessert. In diesem 5-Tage-Costing-Programm für Embryotransfer, da haben wir also die Injektion GnRH bei Tag 0, bei Tag 5, zweimal Prostaglandin-Dosis, das sehen wir hier, wenn das Gerät P4 entfernt wird, beim Tag 8 GnRH-Injektion und dann 7 Tage später am Tag 15 ist die Befruchtung, die künstliche Besamung. Dann haben wir das Protokoll Jod-Sync, Estradiol-Benzuad, das benutzen wir in Südamerika, genauso wie Gabriel auch schon erwähnt hat, in diesem Fall ist Estradiol-Benzuad, das wird intramuskulär injiziert, dann haben wir das Gerät J-Sync, also Jod-Sync, 4 Tage wird dieses Gerät benutzt, bis 7-8 Tage Maximum, zusammen mit Prostaglandin und 3 Tage später benutzen wir GnRH als für die Induktion die 72 Stunden und dann haben wir zeitgesteuerte künstliche Besamung, also FTAE. Konventionelles Protokoll ist das hier, aber als wir das gestudiert haben, haben wir gesehen, wir diese verlängerte Östruszeit und da sehen wir in dieser Studie mit mit dem sexierten Semen Holstein Kühe, da sehen wir im Jod-Sync Protokoll verglichen mit dem konventionellen Protokoll sexiertes Sperma von Holstein und wir sehen wie wir das hier in der Replikation bei jeder Replikation sehen wir die Trächtigkeitsrate verglichen mit dem konventionellen Protokoll und bei jedem Beispiel haben wir eine Replikation und da sehen wir beim Jod-Sync Protokoll war es höher, also hier 5%, 14, 4, 9 und 8% höher bei jeder Replikation haben wir gesehen, also als Mittelwert 8,4% höhere oder bessere Trächtigkeitsrate darum ist das unsere Empfehlung dass man Jod-Sync Protokoll benutzt die Verluste waren auch weniger das sehen wir hier bei dem verlängerten bei der verlängerten Phase also Jod-Sync Protokoll mit der verlängerten Pro-Östrus Länge da sehen wir auch weniger und beim konventionellen sehen wir mehr Verluste nach der Synchronisierung der Empfänger Kühe und die Deckung der Kühe die sind also bereit um besamt zu werden sie sind einige sind in Brunst andere sind nicht in Brunst nicht alle sind brünstig darüber spreche ich später aber jetzt möchte ich etwas sagen über die Auswirkung der Östrus Ausprägung auf die Schwangerschaftsrate Gabriel in Argentinien hat auch diese Studie gemacht sie haben eine Studie gemacht über den Erfolg der Empfängerinnen die nach dieser Behandlung brünstig sind oder nicht und die die nicht brünstig sind und da haben wir gesehen dass die Kühe die brünstig sind eine höhere Anzahl waren und auch die Empfängnisrate der Empfängerinnen war auch höher in diesem Fall in dieser Studie bei den Empfängerinnen die in Östrus waren verglichen mit der anderen Gruppe die nicht brünstig waren das ist also sehr interessant eine sehr interessante Auswirkung der Östrus Ausprägung auf die Schwangerschaftsrate also diese Östrus Ausprägung ist sehr wichtig zu berücksichtigen hier haben wir eine andere Studie da haben wir auch die Gruppe der Kühe die brünstig waren die nicht brünstig waren links und rechts nach der Besamung da sehen wir dass man das gemessen hat bei Tag 30 60 und bei der Kalbung darum ist es sehr wichtig dass die Empfängerinnen auch deutlich Östrus ausprägen dass sie brünstig sind was gibt es noch mehr an Faktoren die eine Auswirkung haben dass sie Body Condition Score sehr wichtig natürlich in diesem Fall sehen wir die diese Auslastungsrate die höher ist bei der Gruppe wo die Tiere zwischen 2,5 bis 4 Punkten Zahl Body Condition Score haben und dann auch die Schwangerschaftsrate die Trächtigkeitsrate ist höher wenn Body Condition Score besser ist zu Fett ist nicht gut und zu dünn ist auch nicht gut man hat dort ein Fenster 2,5 bis 4 wie ich gesagt habe was ein wichtiger Body Condition Scale ist dann kommen wir beim Korpus Luteum was sehr wichtig ist vor allem die Größe und Schwangerschaftsrate in diesem Fall sehen wir Durchmesser sehen wir hier kleiner als 18 Millimeter Korpus Luteum haben wir weniger Schwangerschaftsmöglichkeiten und darum empfehlen wir dass man Kühe benutzt Empfängerkühe die ein Korpus Luteum haben zwischen 18 und 20 Millimeter natürlich ist das ein wichtiger Punkt nicht wahr dann haben wir also dass nachdem wir diese Embryotransfer gemacht haben es natürlich auch wichtig ist ein gut Gehalte mit Progesteron zu behalten nach der Besamung es gibt auch pharmakologische Unterstützung um Aufbau und Erhalt und Erträchtigkeit zu verbessern bei Empfängerkühen da sind wir Progesteron GnRH HCG humanes Chorigonotropin das gibt jetzt eine Diskussion darüber aber gut das lassen wir für einen anderen Tag und dann natürlich die NSA ID wir wissen dass einige davon eine Auswirkung haben und in den letzten 20 Jahren hier sehen Sie eine Meta Analyse mit 16 Studien wo wir 5000 Empfängerkühe haben die mit NSA ID behandelt wurden diese Behandlung hat man verbunden mit 15% höhere Chancen des Verhältnisses der Trächtigkeit und Embryotransfer also höhere Chancen um trächtig zu werden in diesem Fall möchte ich auch sprechen über NSAID Stolfen Stolfenaminsäure Tolfin das ist ein Produkt von Vetokinol wir haben das letzte Jahr mit diesem Produkt gearbeitet und in dieser Studie zum Beispiel zuerst haben wir mit Mäusen gearbeitet zusammen mit dem Institut Pasteur in Uruguay sie haben ein großes Labor um mit transgenischen Mäuse zu arbeiten in diesem Fall haben wir also Tolfenaminsäure benutzt im Moment des Embryotransfers und wir haben dann auch dann die Studie gemacht und verglichen aus Flonixin Meglumine und Tolfenaminsäure verglichen mit der Kontrollen Gruppe zuerst natürlich die Trächtigkeitsrate also Trächtigkeit Übertragene und rechts wie Sie sehen auch Geburtsrate wie viele lebendige Tiere man bekommt für jeden Embryotransfer wir haben das also auch bei Rindern zusammen mit Sergio Kamait gemacht hier in Uruguay natürlich Paul Renau hat uns unterstützt von Retokinol und haben wir dieses Experiment gemacht das waren 1431 Empfängerkühe in 34 kommerzielle ET-Programme 680 Empfängerkühe die für Vitro produzierte Embryos und die 751 für in vivo derivierte Embryos und eine Kontrollengruppe ohne Behandlung und die andere Gruppe der Empfängerkühe bekamen Tolphin 2 Milligramm pro Kilogramm und wir haben dann die Trächtigkeitsrate gemessen Trächtigkeitsrate sehen wir hier allgemeine Ergebnisse Trächtigkeitsrate war nicht signifikant besser aber bei den Versen sehen wir einen signifikanten Unterschied 10,7% nach der Behandlung mit Tolphinamin Säure also 10,7% es waren 287 359 326 waren die Kontrollengruppe und wir haben gesehen dass die Kühe die eine niedrige Body Condition Score hatten es verbessert eine verbesserte Ergebnisse hatten war nicht signifikant bei Kühen die eine höhere Body Condition Score hatten das ist zwischen 1 und 8 aber aber diese im Allgemeinen kann man sagen dass die Trächtigkeitsrate sich verbessert hat nicht immer signifikant aber trotzdem dann Größe des Korpus Luteums auch kein signifikantes Unterschied aber die Empfängerkühe die kleiner waren da sahen wir das ist nicht signifikant es waren nur 50 Tiere dann ist also nicht signifikant aber es war etwas ähnlicher also keine signifikanten Unterschiede bei einem anderen bei einer mittleren Größe jetzt die das Verhältnis Schwangerschaft und Embryotransfer in vitro und in vivo produzierte Embryonen war nicht signifikant aber als wir geguckt haben in welcher Phase des Embryos es war zum Beispiel in dieser Entwicklungsphase des Embryos bei der Mola Embryo haben wir eine Verbesserung der Schwangerschaftsrate mit Toferaminsäure bei den frühen Blastozysten nicht also glauben wir als man in einem Frühstadium der Entwicklung ist dann haben wir und dort die Behandlung einsetzt dann haben wir eine verbesserte Schwangerschaftsrate hier haben wir in dieser Tabelle in vitro in vivo und total in vitro plus in vivo das sind die Unterschiede im Verhältnis PET also Schwangerschaft über Embryotransfer zwischen Kühen die also mit einer künstlichen Besamung behandelt werden und die Kontrollgruppe die nicht behandelt wurde da sehen wir wieder in der Embryonen Phase der Morule sehen wir einen signifikanten Unterschied 18,7% und und bei den Fersen haben wir auch ein bisschen eine Tendenz und wenn wir es zusammen zählen haben wir 10,7% Verbesserung der Schwangerschaftsrate 0,04 ist der P-Wert und mit einem niedrigen Body Condition Score haben wir eine Tendenz dass es keinen großen Unterschied gibt gut wir kommen zurück zu dieser Zeichnung wir haben gesprochen über unterschiedliche Faktoren die einen Einfluss haben auf die Trächtigkeit und wir wissen dass vor allem die Empfängerkühe ein kritischer Faktor für alle Programme sind ungefähr 70% der Kühe die als Empfängerkuh angeboten werden haben ein Versagen das ist 70% es wollte 30 aus 100 synchronisierte Empfängerkühe nur 30 Kälber die geboren werden dann die Protokolle Zeit festgelegte ET Protokolle da haben wir verbesserte Trächtigkeitsraten und die Verlängerung der Pro-Östrus Länge in den Protokollen geben auch als Ergebnis verbesserte Trächtigkeitsraten und auch die Östrus Ausprägung nach Synchronisierung bringt uns auch verbesserte Trächtigungsraten und auch die Erhaltung dann natürlich auch die luteale Funktion und höhere P4 Gehalte geben auch ein verbessertes Verhältnis NSAID Behandlung gibt auch verbessertes Verhältnis Trächtigkeit über Embryotransfer Entolphenamin Säure Behandlungen sind scheinbar auch sehr effektiv in der Verbesserung der Trächtigkeitsraten wir sprechen über pharmakologische Kontrolle der Kühe wir haben gesprochen über ganz kurz über die Ernährung auch Nahrung für Kühe Body Condition Score Ernährung sehr wichtig natürlich die Gesundheit der Tiere ist natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor Embryonen Qualität und die Embryotransfer Techniken sind sehr wichtig und natürlich Komfort der Tiere und Stress Minimisierung sind wichtig und natürlich wie gesagt pharmakologische Kontrolle das sind also Faktoren die man immer bei den Trächtigkeitskontrollen und Protokollen benutzen muss und berücksichtigen muss vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit vielen Dank Alejo vielen Dank auch dass ihr die Zeit eingehalten habt wir haben schon zwei Fragen mal sehen ob ich es gut verstanden habe und gut übersetzt habe mal sehen sie können jetzt zurückkommen zur zum Saal gut die Frage sind erste Frage für Dr. Bo mal sehen ob ich es lesen kann ein Moment gut wir machen weiter mit der Frage besprechen sie immer über also Empfängnisrate oder Fruchtbarkeitsrate und Trächtigkeitsrate bei ich glaube nach der Besamung das steigt also nicht viel ich weiß nicht also Dr. Renault sagt selber dass er die Frage nicht sehr gut versteht sprechen sie immer über Fruchtbarkeitsrate Trächtigkeitsrate für 180 und ja was meinen sie genau damit ok wie gesagt wann werden die Protokolle angewandt natürlich als ich am Anfang gesagt habe dass es Hauptfaktoren gibt bei der Trächtigkeit erster Hauptfaktor bedeutet eine erste sehr hohe Trächtigkeitsrate zu erreichen bei der ersten Insemination bei der ersten Besamung das ist der erste Effekt und in den Kalbungsintervallen also wie viele sind Trächtig beim ersten Moment das ist genauso wie bei Boxen wenn man zuerst schlägt dann hat man mehr Chancen um zu gewinnen oder wenn man schon stark anfängt dasselbe passiert hier wenn man bei der ersten Besamung eine gute Trächtigkeit bekommt dann eine gute Fruchtbarkeit aber das ist beim ersten Mal man muss das natürlich tun aber es gibt noch viele andere Sachen die man tun muss um sie so schnell wie möglich trächtig zu haben wenn ich mal Zeit hätte würde ich sagen ja meine Empfehlung würde sein um eine sehr gute Brunsterkennung zu haben das ist wichtig wenn man dann auch die Kühe schneller trächtig hat dann ist es besser mein Empfehlung ist so also ein zeitgesteuertes künstliche Besamung zu haben die elektronische Geräte zu benutzen für die Erkennung aber dann nicht alle Kühe die also leer sind also nicht trächtig sind müssen gleich wieder besamt werden da haben wir wir brauchen einen Beweis dass sie trächtig sind also der nächste Punkt der wichtigste ist ist dass man Ultraschall benutzt wir machen das beim Tag 32 nach der ersten Besamung und dann die Kühe die also kein Östus haben müssen so schnell wie möglich trächtig werden dann würde ich gleich wieder zeitgesteuerte künstliche Besamung einsetzen um sie so schnell wie möglich trächtig zu haben so schnell möglich zu befruchten nächste Frage ehrlich gesagt werde ich später noch ein bisschen darüber sprechen das ist für Alejo wann war die Applikation des NSAID ich würde sagen wann benutzt man NSAID bei im Experiment mit den Labormäusen aber auch beim Test oder beim Experiment mit Rindern also bei beiden Studien Verabreichung von Tolphin das war bei Mäusen und bei Rindern am gleichen Moment das ist also bei Embryotransfer als die Empfängerin also in Östus war das war ein Moment wenn wir Tolphin benutzt haben noch eine weitere Frage Alejo ich werde das jetzt vorlesen welche ist die Empfängnis Niveaus bei Embryotransfer das ist was wir hier als Frage haben also also die Empfängnis Rate wir hatten zwei Indikatoren wir haben also die Empfängnis Rate und Trächtigkeits Rate Empfängnis Rate ist dass man Trächtig wird oder Verlust oder Versagen das ist zwischen 55 und 60 Prozent aber die Anzahl der Empfängerinnen die Trächtig sind verglichen mit totaler Anzahl der Empfängerinnen ist rund 50 Prozent wenn wir dann auch die synchronisierte Empfängerinnen berücksichtigen und in diesem Fall sehe ich zum Beispiel die Ergebnisse in Experimenten dass die Trächtigkeitsrate 55 Prozent sein konnte ich habe noch eine weitere Frage also wir hatten höhere Ergebnisse in der Versengruppe und die Person fragt gibt es da einen Grund dafür warum höhere Trächtigkeit bei Versen dass das einfach ist gibt es einen hohen Stressgrad bei den Empfängerinnen bei den Kühen ja das glaube ich auch bei Empfänger Kühen ist das Management schwieriger bei den Kälber Programmen befinden sich die Tiere nicht im Stall sondern sind sie auf dem Feld das ist vielleicht am zweiten oder dritten Mal dass die Versen behandelt werden und wahrscheinlich ist das der Unterschied mit den Kühen und dass es dann mehr Stress gibt es ist auch schwieriger um den Embryonentransfer durchzuführen bei den Versen ist es einfacher und bei den Kühen ist es schwieriger bei den Erwachsenen Kühen also bei Empfängerinnen gibt noch einige Fragen die mehr oder weniger gleich sind oder ähnlich sind für Alejo und haben sie auch andere NSAIDs benutzt andere Marken oder andere NSAIDs in ihren in ihrer Arbeit benutzt und eine nächste Frage wäre haben sie Meloxican benutzt in diesen Studien das weiß ich nicht Meloxican das weiß ich nicht das wäre interessant um das auszuprobieren in diesem Fall haben wir bei Versen zum Beispiel oder bei bei in vitro Embryonen die auch verzögert werden ihren Entwicklungsphasen wäre es vielleicht interessant um es zu benutzen die vielleicht wir wir empfehlen also die Phasen die ich gesagt habe aber mit Meloxican habe ich keine Erfahrung also in der Studie bei Mäusen hatten sie Labormäuse und da haben sie Dolphiranin also Dolphin haben sie dort einen Vergleich gesehen ja genau da haben wir einen Vergleich gemacht genau gibt es noch eine weitere Frage mal sehen ob da einige sind die ähnlich sind was ist der Unterschied zwischen von Gabriel zwischen um bei Tag 10 eine Rate zu geben bei der Befruchtung oder am selben Moment der Befruchtung und auch oder bei Tag 9 1 halb gerade vor der Befruchtung ich hoffe dass ich das gut übersetzt habe ja danke Paul zuerst möchte ich noch etwas hinzufügen zur ersten Frage wir haben versucht Meloxican zu benutzen in einer der Studien dort haben sie Meloxican verglichen mit in vitro und keine Unterschiede gesehen Meloxican funktioniert genauso gut wie Dolphin jetzt zu der nächsten Frage GNRH normalerweise ist es besser um GNRH 12 Stunden vor der Befruchtung zu geben GNRH wenn es verabreicht wird dann werden die Kühe ovulieren das sind 30 Stunden danach nach dem Eisprung und ist also 30 Stunden später gibt es einen Eisprung und darum benutzen wir lieber die NSAID später es gibt aber das Crosslink Protokoll und bei den Fällen wo wir dieses Protokoll benutzen ist es sehr schwierig um eine Injektion am Nachmittag zu geben sie versuchen alle Behandlungen morgens früh zu tun um dann nachmittags das noch einmal eine Injektion zu geben ist das schwierig dann was wir bei diesen Fällen tun was wir am liebsten tun ist zum Beispiel Heckfarbe zu benutzen oder die Patches zu benutzen und danach 72 Stunden sind alle Kühe brünstig und alle Kühe die nicht brünstig sind sind die andere Gruppe und in diesem Fall haben wir gesehen dass es sehr gut funktioniert vor allem bei den Kühen die brünstig sind es gibt auch andere Studien Julio Giordano und Cornell dort haben sie diese Periode bis 82 Stunden verlängert und haben sie zuerst die Geräte für die Brünstiger genung benutzt und danach Prostaglandin und dann wurden sie Estradiol basiert besamt und 80 Stunden bekommen sie GnRH es gibt also verschiedene Alternativen und was wir nicht vergessen müssen ist dass diese Protokolle Menschen helfen müssen also eine Injektion am Nachmittag bedeutet dass alles schwieriger ist dann sollte man das andere Protokoll wählen ich würde es nicht nach 48 Stunden geben weil ich würde GnRH später geben damit die Follicles ja auch besser entwickelt haben weil jetzt wissen wir dass dann die Brunst besser ist also nach 72 Stunden so wie Julio das macht und er das präsentiert hat in unserem Kongress und er erwartet selbst meistens bis 80 Stunden ja ich habe noch eine Frage für auch für dich wieder Alejo ah Gabriel Entschuldigung für Gabriel haben sie Unterschied gesehen zwischen ein Unterschied zwischen Busteralin und Gonadoralin eine sehr gute Frage es gibt einige Studien in der Welt die das verglichen haben also Gonadoralin und Busteralin natürlich es gibt verschiedene Gonadoraline die nicht immer alle gleich sind es gibt auch Studien die Vetroquinol die Busteralin und Gonadoralin verglichen haben aber viele von diesen Studien haben gezeigt ich sage es umgekehrt also Busteralin hat höhere Trächtigkeitsraten wenn wir es vergleichen mit Gonadoralin aber wenn wir gucken wie der Eisprung ist gibt es keine Unterschiede ich würde sagen dass wir einen sehr guten GNRH benutzen müssen dass wir diesem Produkt vertrauen eine gute Produktkontrolle und dann brauchen wir Kühe die einen großen Follikel größer als 10 Millimeter haben das ist wichtig wenn wir Kühe mit kleinen Follikeln haben dann haben die keine große Trächtigkeitsrate die können wir nicht erreichen dann habe ich auch noch eine Frage für Alejo das hat die Maschine jetzt übersetzt für mich was ist der Aktionsmechanism der NSAED womit die Trächtigkeit verbessern also die Zellen Leistung verbessern die Trächtigkeit verbessern vielen Dank für diese Frage weil das ist eine sehr wichtige Frage was ist das für ein Mechanismus wie funktioniert das also der NSAED der Entzündungshemmer das ist also während Prostaglandin Verabreichung Manipulation und Embryonentransfer haben wir normalerweise mehr Prostaglandin Freisetzung Prostaglandin bedeutet dass es eine Methiolise auslöst des Korpus Luteums es ist nicht immer direkt aber es hat eine Auswirkung auf die Funktion des Korpus Luteums und dann ist die Trächtigkeitsrate niedriger weil diese Entzündungshemmung hat einen Antiprostaglandin Effekt und das bedeutet dass wir dann eine bessere Trächtigkeit haben können weil es ja nicht nur entzündungshemmend ist welche Dosen haben sie benutzt welche Dosen das ist auch eine Frage Dosis des NSAEDs in diesem Fall war es 2 Milligramm pro Kilogramm des Gewichtes der Kuh das war die Dosis glaube ich ja genau das war die Dosis genau das war es 20 Milliliter pro Tier abhängig des Gewichtes war auch eine Frage die ähnlich ist Maloxikam in 24 Stunden wie oft ich weiß nicht ob ich diese Frage gut verstanden habe aber ich könnte sagen dass zum Tofenaminsäure sind das zwei Stunden zwei bis drei Stunden Absorption ist 30 Minuten zwei drei Stunden gut ich wenn ich mich das gut erinnere ich bin mir da jetzt nicht völlig sicher das sind zwei drei Stunden mit dem Tofenaminsäure das das wieder absorbiert worden ist Follikel Lage die Auswirk Samkeit auf Follikeln genau gute Frage als wir mit mit dem sexierten Sperma anfingen zu arbeiten haben wir den dominanten Follikel benutzt aber viele Experimente haben gezeigt dass es keinen Unterschied gibt ich empfehle dass sie sicher sein müssen dass sie also rechtzeitig behandeln wenn man denkt dass das Sperma gut eingesetzt wird und sich irren und dass das nicht gut gemacht wird das muss man garantieren das hat einen großen Einfluss auf die Trächtigkeitsrate das ist meistens nicht man muss also bis zur Gebärmutter reingehen und dann haben wir die zwei Möglichkeiten man muss wirklich bis weiter des Cervix Gebärmutter Hals den muss man vorbeigehen Sperma sollte zu den beiden Seiten auch bei den Hörner gehen nicht zu tief weil dann kann man natürlich die Gebärmutter schädigen das ist sehr schlecht aber man muss sicherstellen dass man weiter also weiter des Halses geht wir haben noch viele Fragen natürlich die Fragen kommen und kommen wir können es nicht alle beantworten sie werden aber aufgeschrieben und hoffentlich können wir dann später eine Antwort schicken Alejo oder Bo oder ich selber eine letzte Frage die wir haben vielleicht darf ich selber auch daran teilnehmen aber ich gebe zuerst Alejo und Gabriel das Wort die sind natürlich ist natürliches prostaglandin oder künstliches prostaglandin besser was ist besser künstlich oder natürliches prostaglandin ich werde mein urteil fällen zuerst gibt es kein natürliches prostaglandin selbst prostaglandin wovon man sagt dass es natürlich ist sind auch künstlich produziert was wir natürliches prostaglandin nennen das sind sind dem natürlichen prostaglandin ähnlicher aber ist nicht natürlich das ist natürliches prostaglandin braucht man höhere konzentration höhere dosis wenn wir Dynopros mit Progostinol vergleicht dann bedeutet es wir geben es also einen Namen dann würde ich sagen wenn man sagt Fußball ob man ein Barcelona Fan oder ein Real Madrid Fan ist so etwas könnte man sagen so ein Vergleich wenn man dann ein Barcelona Fan ist dann hat man Information die sagt dass Barcelona viel besser ist das Real wenn man ein Real Madrid Fan ist dann findet man Information dass Real Madrid viel besser ist als Barcelona Deinopros und Zeclopros das ist genau dasselbe was ich vorher gesagt habe ist wichtig man muss sicherstellen dass man ein gutes prostaglandin hat wenn wir sprechen über Dosen dann oder Dosierungen dann sind die prostaglandine die künstlich sind stärker warum weil für ein natürliches prostaglandin benutzen wir 2,5 wenn es reduziert Milligramm und das wenn man reduzierte Dosen benutzt bei Pronostagol sind es 500 Mikrogramm wenn man die korrekte Dosierung benutzt dann funktioniert es sehr gut das ist meine Meinung vielen Dank wir haben noch eine Minute für die letzten Worte könntest du noch etwas sagen über prostaglandine nein mein lieber Freund Gabriel hat das sehr gut erklärt also herzlichen Dank bei den Kollegen ich hoffe dass alle Teilnehmer es genossen haben wir werden noch weitere Webinare organisieren für andere Themen und bessere Milch zusammen das ist ja das Konzept von Veto Kinol herzlichen Dank vielen Dank für Ihre Teilnahme vielen Dank für eure Anwesenheit und bis bald vielen Dank auf Wiedersehen auch einen herzlichen Gruß aus der deutschen Kabine noch einen schönen Tag 2 2 3 3 4 4 4 4 Untertitelung des ZDF, 2020